Herzlich Willkommen zu PRIV Talk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIV in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar vor ca. einem Jahr hat vieles verändert. In der letzten Episode von PRIV Talk zur Entstehung einer nationalen Sicherheitsstrategie haben wir daher auch über die Konsequenzen in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen. Diesmal beschäftigen wir uns mit einer Neuorientierung, für die diese Zeitenwende auch in der Forschung gesorgt hat. In der heutigen Folge, die wir am 16. Februar 2023 aufzeichnen, liegt unser Fokus auf der Transformation politischer Gewalt. Darüber spricht Tina Kramer mit Christopher Dase und Astrid Erl. Alle drei arbeiten seit April 2022 im neu gegründeten hessischen Forschungszentrum Transformations of Political Violence, TRACE. TRACE bündelt die Forschung zu verschiedenen Formen von Gewalt, von den Universitäten Marburg, Gießen, Frankfurt, Darmstadt und von unserem PRIV. Christopher Dase ist Professor für internationale Organisation an der Goethe-Universität Frankfurt und stellvertretender Direktor unseres Instituts und leitet hier den Programmbereich internationale Sicherheit. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Sicherheitspolitik sowie der internationalen Institutionen. Neben seiner Beteiligung an zahlreichen Forschungsprojekten ist heute für uns besonders wichtig, dass er auch der Co-Sprecher des Forschungszentrums TRACE ist. Astrid Erl ist Professorin für anglophone Literaturen, Kulturen und Medien an der Goethe-Universität Frankfurt. Ihre Forschungsinteressen umfassen Literaturwissenschaft, Literatur- und Mediengeschichte, Kultur- und Medientheorie, Transkulturelle Studien und nicht zuletzt Gedächtnisforschung. Sie ist ebenfalls Co-Sprecherin von TRACE. Meine Kollegin Tina Kramer arbeitet in der Wissenschaftskommunikation bei TRACE. Ja, vielen Dank, Laura. Christopher, Astrid, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Hallo. Steigen wir gleich ein. TRACE wurde gegründet, um die Transformation politischer Gewalt zu untersuchen. Transformation kann man auch als Wandel bezeichnen. Was fasziniert euch besonders an diesem Wandel? Warum beschäftigt ihr euch überhaupt mit der Transformation politischer Gewalt? Ja, wir verstehen politische Gewalt als einen Prozess, der sich ständig wandelt. Also zwischenstaatliche Kriege, Bürgerkriege, koloniale Gewalt, religiös motivierte Gewalt. Das alles hat sich geändert. Etwa, sagen wir, von der frühen Neuzeit. Aber es war auch noch anders vor 10 oder 20 Jahren. Das heißt, Formen der Gewalt wandeln sich und diese Transformation wollen wir verstehen. Man kann das verstehen mit so großen Meta-Theorien, also etwa Pazifizierung. Es gibt immer weniger politische Gewalt. Steven Pinker wäre da eine Position. Oder man kann das Ganze umdrehen und sagen, Eskalation wird mehr und mehr gewaltförmig. Unser Zugang ist ein dritter. Wir sagen, oder wir arbeiten mit dem Begriff der Transformation. Und wir richten unsere Perspektive auf die Bedeutung von neuen Technologien, von Cyberangriffen, Drohnenangriffen, Neuformen von Terrorismus, von Bürgerkrieg oder Gewalt gegen soziale Bewegungen. Das ist das eine. Auf der einen Seite wandelt sich Gewalt. Und die andere Seite ist, wir beobachten erstaunliche Kontinuitäten in politischer Gewalt. Das zeigt jetzt etwa der Krieg in der Ukraine. Das ist ein zwischenstaatlicher Krieg, der weitgehend mit konventionellen Waffen geführt wird, der mit kruder Propaganda geführt wird. Also etwas, was wir in Europa und der Nachbarschaft lange nicht mehr gesehen haben und eigentlich auch nicht erwartet haben. Das heißt, wir haben es auch mit Kontinuitäten zu tun. Und wie soll man das fassen? Ist das eine Beharrungskraft von älteren Formen? Oder könnte man sagen, es ist ein Repertoire, das ruhend ist, das dann aber auch aktualisiert werden kann? Also eins ist klar, Transformationen von politischer Gewalt sind eine komplexe Angelegenheit, die erforscht werden muss. Vielen Dank. Christopher, was fasziniert dich besonders an dem Thema? Das, was Astin gesagt hat, das stimmt schon. Das ist das eigentlich Spannende. Kai von Klausewitz, der große Theoretiker des Krieges, der hat mal gesagt, der Krieg ist wie ein Chamäleon. Es wechselt immer die Farbe, aber irgendwie bleibt auch was gleich. Und das ist eigentlich wissenschaftlich gesehen das Interessante. Ja, also es gibt dieses wissenschaftliche Interesse herauszufinden, wird die Welt eigentlich friedlicher? Gibt es weniger Gewalt über Zeit? Und wenn nicht, wie verändern sich die Formen des Krieges? Das sind also die wissenschaftlichen Fragen, die wir stellen. Und gleichzeitig gibt es in diesem wissenschaftlichen Interesse natürlich ein politisches Interesse. Nämlich wir wollen wissen, wie sich Gewalt eindämmen lässt, längerfristig verhindern lässt möglicherweise. Und diese beiden Dinge, das politische Interesse und das wissenschaftliche Interesse, kommen bei mir selber zusammen, aber eben auch in unserem Forschungsprojekt. Beides ist uns gleich wichtig. Astrid, du hast es eben schon angesprochen, als ihr euch gemeinsam mit den anderen Standorten, den Universitäten Marburg, Gießen und Darmstadt, die anfänglichen Gedanken über Trace gemacht habt, war der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 noch nicht geschehen. Zwischenstaatliche Kriege wurden von manchen als Auslaufmodell bezeichnet. Seitdem haben sich einige Annahmen bestimmt drastisch verändert. Genau dazu haben wir uns bereits im Dezember auf der Trace-Auftaktveranstaltung in Berlin ausgetauscht. Wir waren dort im direkten Kontakt mit PolitikerInnen vom Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Verteidigung. Christopher, du warst dabei. Erzähl mal, was deine Eindrücke waren. Welchen Einfluss hat die neue Dimension des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf euer anfängliches Konzept der Transformation politischer Gewalt? Ja, das ist ja super interessant. Wir müssen uns immer klarmachen, dass nach dem Ende des Kalten Krieges so eine Euphorie bestand, Ende der Geschichte, Ende der großen Konflikte, jetzt gibt es eine Friedensdividende. Das war sozusagen der Grundtenor. Gleichzeitig war klar, es gibt eigentlich natürlich weiter Konflikte, aber eher so ethnische Konflikte. Dann gab es diesen Begriff der Neuen Kriege, den ja der Herr Münkler, unser Kollege aus Berlin so populär gemacht hat. Und deswegen war es natürlich auch besonders interessant, Herfried Münkler einzuladen, nach Berlin mit uns zu diskutieren, weil er genau derjenige war, der sagte, es gibt keine konventionellen Kriege zwischen Staaten mehr. Das ist ein Auslaufmodell, in der Tat, das ist ein Begriff. Und es gibt nur noch die kleinen Kriege, die neuen Kriege. Und was wir jetzt sehen mit dem Ukraine-Krieg ist eigentlich der Rückfall in wieder ganz klassische zwischenstaatliche Konflikte. Und gleichzeitig ist dieser Konflikt doch anders als die traditionellen Konflikte. Wir sehen eine viel stärkere Fokussierung auf die Zerstörung ziviler Infrastruktur. Wir sehen, dass Zivilisten viel stärker benutzt werden in dieser Kriegführung. Wir sehen, dass mit Nuklearwaffen gedroht wird. Also es gibt ganz viele Veränderungen, Transformationen in diesem Krieg, die wichtig sind, die wir verstehen müssen. Denn ich glaube, dass die Kriege der Zukunft werden ganz stark von diesem Krieg und dem Ausgang dieses Kriegs determiniert werden. Falls ihr die Veranstaltung in Berlin noch einmal nachschauen wollt, verlinken wir euch die Aufnahme in den Shownotes. Diese Diskussion, die wir in Berlin geführt haben, geht eher auf militärische Aspekte von Gewalt ein. Doch der Krieg hat auch andere Gewaltformen. Astrid, du beschäftigst dich bei TRACE mit dem Zusammenspiel von politischer Gewalt und kollektivem Gedächtnis. Welchen Einfluss haben die Ereignisse des letzten Jahres auf deine Forschung? Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein gesagt, der Fokus auf Transformationen ist eigentlich schon ein Fokus mit einer Memory Studies Perspektive. Denn das ist Prozesshaftigkeit, da kommt Zeitlichkeit rein. Und in den Memory Studies geht es immer um die Dynamik des Zusammenhangs von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also Christopher hat eben von Clausewitz zitiert, ich glaube, das ist ein Churchill-Zitat, dass wir immer auf den letzten Krieg vorbereitet sind. Das ist unser Erfahrungsraum und das ist letztlich ein Gedächtnisfänomen. Ich möchte am Beispiel Ukraine vielleicht ein Beispiel nennen, wie man mit einem Gedächtniszugriff Transformationen von politischer Gewalt untersuchen kann. Und wir nennen das in unserem Forschungszusammenhang gerade Memory Before Violence. Also welche Formen des kollektiven Gedächtnisses gibt es, die folgende Gewalt wahrscheinlicher machen, die es wahrscheinlicher machen, dass es zum Konflikt kommt oder sogar zum Krieg kommt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Zugriff, damit man nicht alles, was passiert, auf die individuelle Psyche eines verrückten Kriegstreibers, der zuschreibt. Natürlich hat Putin seine eigenen Lebenserfahrungen und er hat auch sich sein eigenes historisches Geschichtsbild zusammengestückelt. Aber ich denke oder wir alle denken, man kann einen solchen Krieg nicht führen, ohne eine gewisse Resonanz in der Bevölkerung zu haben. Und dazu gibt es Forschung, wo Kognitionspsychologen mit Anthropologen zusammenarbeiten und über Jahre hinweg Menschen in Russland nach ihrem Geschichtsbild gefragt haben. Und was da herauskam, ist, dass die historische Erinnerung eigentlich immer um dasselbe narrative Muster erfährt. Und dieses narrative Muster nennen wir Angriff durch das feindliche Ausland. Also es ist ein Muster, Russland ist in seiner Existenz bedroht, es wehrt sich erfolgreich, heldenhaft, eventuell unter großen Verlusten. Das ist das Muster, das zieht man dort natürlich über den großen Vaterländischen Krieg, aber auch die Mongolen im 13. Jahrhundert, die Polen im 17. Jahrhundert, die Schweden im 18. Jahrhundert, die Franzosen während der Napoleonischen Kriege im 19. Jahrhundert. Und wir denken, dass das narrative Muster oder Gewohnheiten sind, die jetzt relativ einfach auf die NATO und den Westen übertragen werden können. Und das sieht man natürlich in der russischen Propaganda, wo der aktuelle Krieg als ein Krieg der NATO gegen Russland verkauft wird. Das ist natürlich eine ganz krude Täter-Opfer-Umkehr, aber wir vermuten, weil das eben narrative Gewohnheiten sind, dass das gut in die Schemata passt, die Schemata des kollektiven Gedächtnisses, die man in Russland vorfindet. Und dass sich das deshalb halbwegs richtig und natürlich anfühlt. Also das ist ein Beispiel dafür, wie Memory Studies funktionieren können in der Erforschung von politischer Gewalt. Und politische Gewalt wird ja noch aus weiteren Perspektiven, insbesondere bei Trace, betrachtet. Ich würde gerne mehr darüber wissen, was kann Gewalt eigentlich noch bedeuten? Und vor allem, wie wird das in der Forschung gefasst und kategorisiert? In der Forschung gibt es ja einen langen Streit, einen alten Streit zwischen den Befürwortern eines eher engen Begriffs von Gewalt, der sich tatsächlich auf physische Zerstörung fokussiert und einem sehr weiten Begriff. Und das ist eine Debatte, die sehr heftig geführt wird, aber eigentlich nicht so besonders nützlich ist, weil natürlich für bestimmte Fragestellungen ein enger Begriff hilfreich ist und für andere ein weiten. Aber Gewalt ist natürlich nicht nur, wenn wir jetzt nochmal auf die Ukraine schauen, das Abwerfen von Bomben, sondern tatsächlich die militärische Auseinandersetzung. Gewalt ist ja auch zum Beispiel so etwas wie die Deportation von Kindern aus der Ukraine nach Russland. Und auch das ist nicht neu. Da gibt es auch ein Muster. Und das gibt es auch nicht nur in Russland. Das gab es in Australien. Die neueste Forschung hat sich mit Kanada beschäftigt. Also eigentlich liberale Vorzeigeländer, wo auch so etwas stattgefunden hat. Und indem man hier sozusagen einen weiteren Gewaltbegriff anwendet, kriegt man eben ganz neue Formen der Gewalt in den Blick. Und das ist sehr wichtig. Das rührt genau an das, was Astrid R. gerade gesagt hat. Die Notwendigkeit, solche historische, kollektive Gewalt aufzuarbeiten, kann verhindern, dass wieder so eine Art von Gewalt stattfindet. Oder zumindest, sie wird gesehen. Es ist nicht mehr einfach akzeptabel, dass Russland Kinder aus der Ukraine nach Russland verbringt. Das ist ein Kriegsverbrechen. Und dessen müssen wir uns klar sein. Und deswegen muss das auch entsprechend verfolgt werden. Bei TRACE gibt es ja Anfang März die erste Jahreskonferenz mit dem Titel Languages of Violence. Wie ist da der Zugang zu politischer Gewalt? Ja, Sprache hat mit Gewalt natürlich enorm viel zu tun. Wir wollen genau diese Verbindung, diese unterschiedlichen Verbindungen zwischen Gewalt und Sprache analysieren. Auf der einen Seite Sprache in der Gewalt, wie mit Sprache Gewalt ausgeübt wird. Es gibt viele Hassrede und Aufstachelungen zur Gewalt. Wie hier die Verhältnisse genau sind, das soll zum Beispiel analysiert werden. Aber auch vorher schon. Wie gehen wir eigentlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit solchen Phänomenen um? Genau diese Frage. Was haben wir selber für einen Gewaltbegriff oder was müssen wir für einen Begriff anwenden, um unterschiedliche Formen der Gewalt analytisch in den Griff zu bekommen? Vielen Dank. Alle Infos zur TRACE-Jahreskonferenz haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Nun gibt es aber noch weitere Zugänge, vor allen Dingen auch an den anderen Standorten. Was sind weitere Zugänge zu politischer Gewalt? Und was mich auch interessiert, wie ist das gemeinsame Forschen in diesem interdisziplinären Setting? Ja, vielleicht um erst einmal einen Überblick zu geben. Wir haben ja jetzt viel über Ukraine gesprochen, aber unser Forschungsverbund ist eigentlich geradezu global aufgestellt. Und man darf ja nicht vergessen, dass es gerade Gewalt immer noch in Syrien gibt, in Teilen Afrikas gibt. Es gibt gerade Gewalt auf den Straßen des Iran und unsere ForscherInnen sind tatsächlich breit global aufgestellt. Wir haben Forschungsprojekte zu Lateinamerika, zum subsaharischen Afrika, zu verschiedenen Nationen in Europa, zur arabischen Welt und zu Ostasien. Wir haben bei uns auch historische Perspektiven von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Der Fokus, denke ich schon, ist vor allem auf Gegenwartskonstellationen. Zum einen auf Konstellationen, die mitten im Konflikt sind, also einige Forschungsprojekte zu Syrien, zu dschihadistischen und islamistischen Akteuren dort beispielsweise. Ein Forschungsprojekt zu Ukraine und Russland, das auf linguistische Perspektiven schaut. Wir betrachten diverse Post-Konflikt-Kontexte, also etwa in Kolumbien, in Kambodscha oder Osttimor. Und damit sind wir meistens im globalen Süden unterwegs, wo es um koloniale Gewalt und deren Aufarbeitung geht, also um postkoloniale Versuche der Aufarbeitung, die aber gerade jetzt mitten im Decolonial Turn, also in einem weltweiten Diskurs um das Dekoloniale stattfinden. Und vielleicht als letztes noch thematisch. Es gibt ForscherInnen, die untersuchen die Gender-Dimensionen oder queere Perspektiven auf politische Gewalt. Es gibt andere Projekte, die kümmern sich um Cybersicherheit, um Informatik in der Friedens- und Sicherheitsforschung. Es gibt einen Fokus auf Umwelt- und Klimakonflikte. Es gibt einen Fokus auf Konflikte in Städten oder Großstädten. Und dann andere Arbeiten zur Gewalt im ländlichen Raum. Und schließlich haben wir noch einen Schwerpunkt im Bereich des Völkerrechts und der Rüstungskontrolle. Wow, das klingt ja fast so, als könnte Gewalt alles sein. Das ist ja ein riesiges Spektrum von Perspektiven. Nochmal die Frage, was bringt es der Forschung, so einen breiten Ansatz zu verfolgen und so viele verschiedene Perspektiven zu vereinen? Und vielleicht auch, was sind die Herausforderungen in dieser interdisziplinären Forschung? Naja, interdisziplinäre Forschung ist nie leicht. Denn die unterschiedlichen akademischen Disziplinen gehen häufig von ganz unterschiedlichen Begriffen aus. Sie haben unterschiedliche Methoden, greifen auf unterschiedliche Theorien zurück. Da muss man sich erst mal verständigen, was man unter Gewalt versteht in einem bestimmten Zusammenhang. Welche Art von Daten man eigentlich braucht, um bestimmte Aussagen machen zu können. Welche Analyse-Ebenen man wählt. Und trotzdem, auch wenn es manchmal schwierig ist, interdisziplinär zu arbeiten, ist es immer eine Bereicherung. Weil wir in unseren eigenen Disziplinen häufig so festgelegt sind auf bestimmte Fragestellungen, dass wir andere Fragen kaum noch sehen. Und sich irritieren zu lassen von anderen, von anderen Disziplinen, ist ungeheuer wichtig, um neue Entwicklungen zu sehen. Das ist ja unser Anspruch, neue Entwicklungen in der politischen Gewalt zu sehen. Und da hilft dieser interdisziplinäre Zugang ganz ungeheuerlich. Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist vor allem auch inspirierend und es ist der richtige Zugriff für solche komplexen Themen. Also mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften Auge sieht man einfach mehr. Und das ist unser Ziel. Trace hat ja auch das erste Working Paper veröffentlicht. Darin werden, falls ihr euch für die wissenschaftliche Diskussion interessiert, die Grundsteine für das Projekt gelegt. Das waren jetzt sehr interessante Perspektiven und das Vorhaben der über 30 ForscherInnen bei Trace klingt sehr komplex. Vielen Dank euch beiden für den Einblick in die Forschung und auch in die internen Diskussionen. Zum Abschluss bitte ich euch, noch einmal die Komplexität zu reduzieren. Bitte vervollständigt folgenden Satz möglichst knapp. Ich erforsche Transformation politischer Gewalt, weil... Ja, weil es nötig ist, um zukünftige Konflikte besser vorbereiten zu können und politische Gewalt möglichst eindämmen zu können. Und ich erforsche sie, um gerade heute im Angesicht des Krieges in der Ukraine nicht in simplistische Deutungsmuster zu verfallen. Also gegen Vereinfachungen. Vielen Dank euch beiden. Wir warten mit Spannung auf die Forschung und den Austausch dazu im Rahmen von Trace in den kommenden Jahren. Um nichts von Trace zu verpassen, folgt ihn doch auf Twitter unter Ihr findet auch uns auf Twitter Alles weitere findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Priftalk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt.